...den Tod. Eine schreckliche Seuche bedroht die Welt. Menschen verfallen dem Wahnsinn und werden zu tollwütigen Bestien. Vier Männer erhalten den fast unmöglichen Auftrag, die Ursache der grauenvollen Krankheit herauszufinden. So geht das nicht! Wir müssen sie umlegen und ihre Leichen verbrennen! Geht das denn nicht in eure verdammten Schädel? Los! Ihr Schweine! Hölle der lebenden Toten. Das Unfassbare ist Wirklichkeit geworden. Ist die Menschheit zum Untergang verurteilt? Reiß dich zusammen! Es muss einfach sein! Wir werden uns alle wiedersehen und zwar in der Hölle! Hölle der lebenden Toten. Reiß dich! Wir müssen hier weg! Die Karte springt nicht an! Gieß da! Was ist denn los? Ich hab sie gehört. Sie müssen da unten sein. Schnell Richard, komm mit! Töten wohl! Hier spricht Barrett. Höchste Alarmstufe. Hölle der lebenden Toten. Ich spreche dir nicht! Hilfe! Hilf mir doch! Ein unsichtbarer Feind. Wer von ihm befallen wird, wird zum reißenden Ungeheuer. Hölle der lebenden Toten.